herzlichen willkommen leute zur nächsten folge minecraft stadttheater heute in der gruppe shigo dados nancy guru und granz und die anderen ja die sind auch noch da so was macht ihr denn gerade feines weil hier ein paar von euch hatten wir nicht in der pilot folge mit dabei letztes das war alles was sie gemacht haus bauen muss bauen glaube ich auf jeden fall gleich erst mal was zu essen ja ich habe größer jetzt erst mal das feld guckt noch mal mich da ich baue gleich richtig an das wird fantastisch wenn sie dann kannst du ja was holen fantastico jawohl morgen könnt ihr übrigens die folge also morgen die folge gibt es nur bei anne zu sehen ja und da gibt es auch was zu gewinnen deswegen zieht euch die folge unbedingt rein und dann habt ihr unser gelaber auch nicht viele geheimnisse heraus posaunen leider nicht aber wie gesagt morgen gibt es was zu gewinnen und ich sage das lohnt sich deswegen schaut unbedingt morgen bei anderen vorbei selbe uhrzeit folge kommt dann erst bei uns wenn wir mit youtube aufhören und dann mit allen geheimnissen über anne also quasi morgen alles was wir über anne wisst du würdest dann bei uns geben ja halt warte mal wo bin ich hä wie bin ich denn hierher gekommen letztes mal wieso bin ich denn jetzt in der sackgasse bist du eigentlich der arsch ich habe keine ahnung du wolltest uns suchen ne äpfel und hat sich verlaufen auf der suche nach remsen sein ich habe so ein mini lags das nervt voll ey ich laufe die ganze zeit an meinem eigenen grundstück vorbei ist auch ein sehr aufwendiges pack hier ich habe keine ahnung warum ich habe so ein krasses ressourcenpack das zieht richtig viel ja dieses komische ich muss es noch wechseln nur so alle paar sekunden habe ich so mini lags herzlich willkommen in minecraft ein sehr programmierte spiel minecraft ist echt gut programmiert ich habe echt so alle paar alle paar meter gestampelt oh ich bin hungrig oh das hatte ich auch mal in dem das hatte ich in dem im warp hatte ich das ich weiß aber nicht woran das liegt da ist einfach das bild stehen geblieben alle paar sekunden ja das ist bei mir ja gab keine lösung dafür hast du genug ramm freigegeben 200 reicht doch oder wo kann ich das dann freigeben in der in dem launcher von lautland bewurz am starten gott der mit ich glaube da mache ich das mal ganz kurz her ist ja nicht so schlimm so ganz die folge machen können nächste folge ist aber erst mal bett hier herstellen ich mache das mal so nebenbei sie können immer noch mal wunderschönes face sehen alles klar rein in den analytics und er wundert sich was habe ich da denn gemacht mit der zuschauer die als erlaubt habe ich wollte hier über die fahrer auf meinem grund stecker weil ich wollte hier einfach nur sachen hinstellen eigentlich wie sich das sachen ach ja ja aber wo habt ihr überhaupt für ein bett ich habe jetzt noch eins gebaut ne ich habe überhaupt nicht nancy du wolltest ein tierfahren machen weil das erste was du denkst ist ein bett wofür man halt Schafe töten muss. Genau. Kein Baby-Up. Dann stehen noch zwei Schafe, wenn er die schlacht. Ey, da vorne ist Kohle. Hier, das, Darno. Bist du im Vollbild? Nein, nein, die spielen nicht Vollbild. Weil dann... Oh, warte mal. Spiruckelt ja so schon. So, gib das mal bitte ein. Vielleicht hilft uns das ja, Creeper-Schaden zu verhindern. Das wäre sehr gut. Ja, das... Gerade die Creeper sind doch gerne. Shigo-hacked. No-Game-Rule-Code-Mob-Griefing. Das musst du in der Konsole beim Server eingehen, glaub ich. Nee, es geht auch so. Aber dann ist es doch falsch formuliert. Ich mach mal. Mann. Okay, so. Äh, bauen. Ja. Äh, Holz. Äh, äh... Ist die Segelung schon fertig? Hier, Holz. Es geht nur um einen Apfel, ja? Ich mach doch grad an Feld, Nancy. Du brauchst so lange sterben. Danach muss es auch noch wachsen. Also so schön. Warte mal, gibt's jetzt was zu essen oder nicht? Ich hab ein bisschen Fleisch noch, aber... Ich hab nur noch vier Fleisch. Also hast du was zu essen? Ja, aber ich sterb bald. Scheinbar nicht, du hast ja Fleisch. Ich esse es doch nicht. Äh, Tico, was ist das? Ich dachte, wir sollen leise sein. Wie baut man eine Vogelscheuche? Weißt du es mehr? Keine Ahnung. Dann stell doch kurz aus. Danach, du suchst einen neuen Job, oder? Ahaha, ich bin viel zu schön dafür. Danach, würdest du nicht bitte kurz auf mein Feld stellen, bis wir was zu essen haben? Ich baut meine Vogelscheuche jeden Tag. Also es leckt noch ein bisschen, aber es ist auch besser geworden, nachdem ich dann die Parameter geändert hab. Und ich soll... Auf zu kichern! Also, was los? Einmal lachen. So... Au! Oh, das ist ein Bödenbaum. Hat wer viel Holz? Nein. Will ich gar nicht sagen. Was heißt so viel? Fünf...fünfzig Zäune? Also von meiner Hütte hab ich kein Holz. Ja, so wird das mit dem Feld nix. Warum brauchst du einen Zaun? Damit die Heuschrecken da nicht drauf hüpfen, du Nase! Was fressen die das? Ja, die machen das kaputt! Ja, die Heuschrecken. Ey, brauchst du ne Karotte? Oh, wenn du eine hast, nehm ich die! Nein, die musst du anpflanzen! Ey, du sollst du nicht essen, Dalu soll die anpflanzen! Nein, ich muss die auch anpflanzen machen! Hallo, wir wollen doch erst Essen anpflanzen, bevor du alles verfütterst! Ja, ich weiß, aber... Jetzt reicht's nicht, geh in Untergrund. Oh mein Gott, jetzt kommt wieder The Walking Dead! Der Schmied muss wieder Ressourcen sammeln. Aber wo The Walking Dead hat, kommt der jetzt hin. Kein Spoiler! Das ist kein Spoiler! Jetzt, die letzte Folge ist kein Spoiler! Natürlich ist sie! Ich wusste nicht, dass die letzte kommt heute! Was, die letzte Folge noch Staffel? Wenn man die noch nicht gesehen hat, ist das Spoiler! Die kam ja erst gestern! Nein, die kommt erst heute! Gestern! Die englische Originalfassung! Ja, ne, ich guck's nicht! Ich guck nicht auf Englisch! Warum denn nicht? Weil mein Mann kann Englisch! Können wir auch nicht spoilern hier, oder was? Was? Dass das Staffelfinale ist, ist kein Spoiler! Stardosch wusste nicht, dass es so eine Serie gibt! Mit Staffelfinale, ey! Ich dachte, die geht ewig! Was? Die Staffel haben immer gleich viel Folgen mit Spoilt! Nein! Die erst hat 6! Ich will nicht, dass sie zu Ende ist! Ja, das ist krassisch! Eine grandiose 50 FPS! Das ist doch... Nice! Ja, genau! F50 ist für Minecraft echt gut! Das stimmt wohl! Ah, okay, ich hab 100! Nein, da ist ein Creeper auf dem Feld! Wir haben gar nichts mehr zu essen! Toll! Wir werden alle sterben! Wo kann man einen FPS nochmal sehen? F3, ne? Mhm! Oh, ich hab 60! Oh, sprich rund auf 4 FPS! Läuft bei mir! Fast doch genau dann! Ist fast so ne gute Aufnahme wie bei Grants! Ich hab die Parameter einfach eingefügt, die unten im Terst standen, von Liquid! Ja, das ist ja auch für Liquids Höllenmaschine! Höllenmaschine! Der hat doch ne neun gekauft! Ja, der hat doch ne neun gekauft! Nein! Gibt's doch keine Häuser für! Ist das ein Spoiler, das Liquids den noch nicht hat? Jetzt haben wir was aus deren Folge vorweg gegriffen wahrscheinlich! Aber das ändert nichts! Ich hab nur 190 FPS! Und es sieht aus wie 10! Ja, auf Minecraft! Boah, Alter! Ich hab mich nicht zu wiegen! Ich bin auch zufrieden mit 110! Scheiße! Obwohl ich sogar auf Vollbild mal spiel's abwechseln! Ich hab jetzt einfach gleich mal freiwillig! Ach! Wie macht man das? Wie macht man das? Da! So! Achseherrn! Wir haben noch nichts zu essen! Aber das Feld steht gleich! Es sei denn, es schleicht sich jetzt ein Creeper von hinten an! Also hier ist gerade... Äh, wir sterben... Wo ist seine Hexe? Guckt mir leid Hexe aus! Ich muss ja weg! Darf ich diese... Kann man aus dem Wasser irgendwie diese ganzen Sachen rausnehmen? Oder kommen die direkt wieder? Nein! Das ist Textur und kein Objekt! Ach, das hast du gemacht? Nein! Ist das Textur oder zahlt das Miete? Äh, das zahlt keine Miete! Nein! Es ist wie dieses kleine Gras auf dem Boden! Weißt du? Das ist, äh... Da! Dadurch hat kein Kopf mehr! Ja, das schmiert hier ganz halt ab! Einmal vorbereiten! Dadurch, du wusstest... Ja! Eine Woche hat sie Zeit! Eine Woche wusstest du das jetzt! Mann! Der liefst ja auch flüssig! Besser als bei Grants! Der hat das nicht schwer gewesen! Oh Gott! Und was war das denn? Das Mikro übersteuert aber wieder extrem! Zwar beim letzten Mal nicht! Ich weiß! Weil jetzt musste ich mich ja wieder hochstellen! Weil sie diesmal so geschrieben hat! Ja, ich schreie normalerweise nicht! Okay, ich sterbe! Ich war nur ein Creeper in meinem Gesicht! Da kann man mal schreien! Das Gute, wenn man stirbt, ist, dass man keinen Hunger mehr hat! Ja eben! Ich mach das jetzt mit Berechnung! Ich glaube, wir müssen auch eine Spinne essen! Eine Lebensweisheit von Goro! Das Gute ist, wenn man stirbt, dass man keinen Hunger mehr hat! Sehr gut! Das hat der alte Konfuzius schon gesagt! Oh Mann! Eine Woche später war er tot! Er sagte damals, wenn du Hunger hast, musst du sterben! Au, Sau! Siehst du? Siehst du? Wie macht man jetzt nochmal diese blöde Picke zum Feld umdrehen? Ey, warte mal, hat der ja gar keinen Schaden gemacht? Mit zwei! Zwei Eisen und zwei Sticks! Ne, aber du brauchst Eisen dafür! Nein, ne! Achso! Oder Stein! Stimmt! Nein, Stein geht nicht! Nein, es war wirklich nur Eisen! Wieso habe ich jetzt das Achievement? Willst du mich verarschen oder was? Du bist halt nicht! Du hast schon halbe Wälder abgeholt! Endlich Holz! Ja, beim Schlafen! Du hast bestimmt Holz aus den Add-Ons oder so abgeholt! Ja, wahrscheinlich! Wir müssen endlich das Mobgriffing ausmachen! Das ist ruhigbar! Du hast aber keinen Hunger mehr! Ja! Aber ja, eben! Das ist gut! Oh mein Gott, hier kommen die Zombies! Nein, Creeper! Nicht an meinem Feld! Du sagst ja, ich spornisch, wenn ich tot bin! Ja, man ist stolz! Stimmt, wir haben noch keine Häuser! Ich hab'n Haus! Geh weg! Ach! Ich hab'n Beth! 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 Oder Klaska! Wie gemein! Hier ist'n Schwein! Alter, der Schmied erntet richtig Kohle! Hat wer viel Holz von euch? Ich hab'n viel Kohle! Nicht, aber bald! Wenn ich wieder zu meiner Leife komme! Vielleicht! Wenn du vorbeikommst, kannst du dir was abholen! Du! Aber ihr wohnt am Arsch der Welt, ne? Polarlichter! Oh! Ist für dich am Arsch der Welt? Auf der anderen Seite der Welt! Wir haben Nordlichter, habt ihr schon gesehen? Jetzt grade'n Eimer, damit ist das so schön! Da kommen schon die ersten Heuschrecken und springen aufs Feld, ey! Ne! Wie die Geier! Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss! Die sieben Plagen, ey! Die sieben Plagen des Dardosch! Dalu heißt der! Wehm ist Saad! Dardosch heißt Saad! Oh! Oh! Hey, wir brauchen noch irgendwie so'n Magier oder so, der so'n Magier-Turm baut mit nem Verzaubertisch und alles! Haben wir nicht so einen schon? Wer denn? Wer ist hier unter mir? Der unter mir ist Crabs! Der hast'n die Andere schon! So, woher geht's jetzt? Halleluja! Halleluja! 100 FWR ist durchgängig! Leben ist geil, ey! Hey Hexe, geh weg! Leben ist Artcora! Kann jetzt noch, kann jetzt noch, äh, nen Apfel suchen! Ich bringe noch einen! Oh nein, Bibi-Zombie! Ey, das hast du besucht! Bibi-Zombie-Attack! In your face! Wofür braucht man denn? Wofür braucht man denn? Ey, ich hab richtig viel Salz, ne? Wenn Dalu mir nicht bald Essen gibt, ey! Okay! Ich will keiner mehr essen trinken, ey! Nee, jetzt wird keinen Bock mehr auf die Folge! Ich pflanze ja gleich was an, aber irgendeiner müsste mir vielleicht ein bisschen Holz geben! Shit! Ne Sägewerk auf die Folge! Ah, oh! Ich hab kein Essen! Verdammt! Ähm! Ja, hier, wer baut denn das Sägewerk? Die werden ja wohl Holz haben! Ja, aber ich glaube, dass die mit dem Sägewerk Holz brauchen! Ja! Ja, die sollen doch das Sägewerk nicht aus dem Holz bauen, was die da verarbeiten! Wer baut denn mit dem Sägewerk aus Holz? Woraus baust du denn sonst einen Säge? Aus Stahl? Aus Stein! Was? Das sieht doch voll scheiße aus! Ja, aber es braucht kein Holz! Du willst doch mit dem Holz Geld verdienen! Nimmst doch das billige Holz! Na? Das von Ikea! Na! Pressplatten da! Das ist aber einfach! Ich hab einen Apfelbaum! Jawoll! Da, der Schwenk hat's nach Hause gekommen! Was ist das Shit? Ich schwimme mit dem Holz! Komm zurück! Nehmen wir nach Norden! Ja! Ich bin doch von mir! Sag mal, ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt! Da drüben sind Schweine in Ikea! Oh, ich schwimme weg hier! Hey, du darfst die andere Gruppe nicht töten! Ach, das war Anne! Das ist das Griefing! Jetzt müssen wir hier, ne? Könnt ihr morgen bei Anne vorbeizung kommen, ob ich sie doch töte? Ich hab mich jetzt schon verbaut, ist ja super! Ja! Ich denke, es ist ein PvP-Wand! Ich verstehe das ganze Spiel mal nicht! Hi! Wir sind ein friedliches Dorf! Alle gegen alle! Hier ist Gewitter gerade bei mir im Relife! Relife? Das war bei mir vorhin! Ist bestimmt bis hier hochgezogen! Auf jeden! Kann sogar sein! Ja, kann sogar sein! Ja, klar! Ja, klar! Ne, Moment! Das kann sogar sein! Ja! Zaun baut man nur aus Sticks, oder? Ja! Ja! Sechs! Nancy ist wieder da! Nancy ist wieder da! Weiter geht's! Welcome back! This is Nancy! Aufnahme wieder an! This is me! Hello again! I'm dying! Wieso? Was stahl aus! Weil du kein Essen hast! Ich brauch keiner! Eisen! So! Wer der beste Schmied! Wie gesagt, Leute, ich wiederhole es nochmal gerne! Morgen die Folge nur bei Anne! Dafür gibt es aber auch was schönes zu gewinnen! Nein, ich sag's nur jetzt nochmal! Aber es ist noch nicht mehr viel Zeit! Wie gesagt... Machen wir mal eine Viertelstunde oder zwei? Viertel! Da hast du Sachse? Die sind alle in der andere Richtung! Was greift mich jetzt schon wieder an? Vergift mich! Kann man stolpern oder so? Ich hieß kein Monster! Ich kann's nicht stolpern in Minecraft! Klar! In welche Richtung vom Spawnhaus ist denn das in die Richtung? Ähm... Kannst du mich schon sehen auf der Karte? Du musst Richtung Westen! Was für eine Karte? Was für eine Karte? Okay, Westen! Westel... Westen! Ich seh dich auf jeden Fall schon! Du kommst zu mir! So, wie war jetzt Zaun? Ah, okay! Nur aus Sticks! Sechs Dicks, mein Gott! Ja, irgendwas ist ja mittlerweile anders geworden! Aber nicht auf der Version hier! Es war doch sogar Zaun, ne? Aber auf einer anderen Version! Da war der anders! Wir sind ja noch Creeper, Mann! So, ist schon wieder fast zu Ende jetzt! Hatte ich nicht, Alter! Ging schnell! Ja, Minecraft geht aber allgemein immer schnell! Ich hab einfach mal nicht einen Setzling gekriegt und keinen einzigen Apfel, würdest du mich verarschen? Hast du keinen Apfel gekriegt? Ich hab keinen Apfel gekriegt! Ich hab keinen Apfel gekriegt, wenn die am Baum hängen! Ja, wenn die reif sind! Ja, wenn die reif sind! Die können ja auch grün sein, ne? Hä, wieso werten... Ich dachte, du stehst doch eher so reife! Wieso werten das Dingens so anders? Ich stehe ja so auf reife! 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 Wenn ich Redstone schlage, dann wird das auf einmal eine andere Textur! Also nicht mehr deine! Ja, weil dieses Modpack scheiße ist! Hallo! Ist so! Das war doch nie! Das war doch nie! Das macht doch gar keine Probleme! Bei mir ist es voll alles gut und so! Was? Nichts passiert! Oh! So, Leute! Aber die Folge ist wirklich schon zu Ende! Ich hab aber gerade erst angefangen auf dem Video zu sagen! Ja, sehr gut gemacht, Dardosch! Zeitlich wieder optimal! Schaut morgen gerne mal Anne vorbei! Link findet ihr unten in der Videobeschreibung! Gibt auch was wirklich Gutes zu gewinnen! Lohnt sich auf jeden Fall! Und schaut bei den anderen hier vorbei! Und der anderen Gruppe für die Aufnahme jetzt! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!